Nun ist er da, Grigoris Marcos, 25 zentraler Mittelfeldspieler griechischer EM-Teilnehmer. Der fünfte Neuzugang, der Löwen. Och, danke. Marcos selbst hingegen durfte etwas im Stress sein. Montag Medizincheck, Dienstag Unterschreiben des Zwei-Jahres-Vertrags plus Sightseeing an der Grünwalder Straße. Dienstagabend geht's wieder zurück nach Athen. Zurücklehnen ist nicht. Das Vertrauen, das der Verein mir geschenkt hat, will ich mit Leistung zurückzahlen. Ich werde alles für den Verein, alles für die Mannschaft geben und so die nächsten sportlichen Schritte machen. Mit Grigoris Marcos haben sich die Löwen einen Wunschspieler geholt. 60-Coach Rainer Maurer schwärmt schon vom Griechen. Das ist mit Sicherheit ein sehr guter Spieler, der auch einen guten Aufbau hat. Ich habe auch gesagt, das ist ein Allrounder, der alles mitbringt, der da keine Schwächen hat, der auch sehr aggressiv gegen den Ball arbeitet, was man braucht. Marcos bekommt die Nummer 21 und ordentlich Verantwortung obendrein. Der Grieche, ein echter Charakterkopf, soll sich bei 60 zum Führungsspieler entwickeln. Jetzt geht's aber erstmal ab Montag ins Trainingslager an den Neusiedler See.